Yo Leute, weiter geht es mit einer neuen Folge Schatten des Krieges. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Warum ist da keine Statue von mir? Hä? Warum ist da keine Statue von mir? Gut, wir werden heute die Burg hier übernehmen. Vielmehr, wir werden sie halten. Wir übernehmen sie ja nicht, sondern wir halten sie. Und wir müssen nochmal ganz schön hier drüben in die Grube. Denn ich will mal reinschauen. Wer treibt sich hier rum? Du da! Der Vollstrecker. Kein Problem für mich. Kein Problem. Ich habe einen neuen Typen am Start, den will ich hier noch testen. Und zwar, Moment, wo finde ich ihn? Meinen neuen jungen Krieger, der mit dem großen Sieg bringen wird. Genau, der hier. Das ist ein kräftiger Junge. An mir schaffst du es nicht vorbei. Du siehst aus, als könntest du nicht mal Karagor-Welten besiegen. Sturmkopf. Sturmkopf. Er wird gewinnen. Er wird hart gewinnen. Denn er ist extrem krass. Habe ich gerade eben aus der Arena gefischt. Der Junge ist nicht schlecht, oder? Ah, der kann was. Der kann was, Freunde. Er kann Fallen schleudern. Er kann alles. Und er ist ultra giftig. Komm schon. Steh auf. Go, Champ. Go. Alter, wie viele Jäger hat er denn bitte schön hier am Start? Oh, komm schon. Komm schon. Ich habe sehr, sehr viel Geld auf dich gewettet, Junge. Sehr, sehr viel Geld. Yes, na also. Ich werde dich ausweiten. Mach noch einen Stich für mich. Yes, Baby. Sehr gut. Sehr gut. Alter, was hat er hier? Irgend so eine kleine Flasche. Super Gift. Super Nazi Gift. Holy Schmeckl. Cool. Verdammt cooler Kill. Verdammt cooler Kill. Und wen haben wir jetzt hier in der Grube? Oh, der hat einen coolen Hut. Der Edle. Schleichen. Feuer. Ah, Feuer ist schon ein Riesennachteil, wie ich finde. Feuer ist wirklich ein Riesen, Riesen Nachteil. Auch wenn er cool aussieht. Er sieht wirklich cool aus. Also, ein hübscher Bengel. Ein sehr, sehr hübscher Bengel. Und was haben wir hier? Level 43. Bestienfutter. Bomben, Minen. Explosive Pfeile. Aber andererseits. Wir haben alles, was wir brauchen. Der Alberne. So albern sieht der gar nicht aus. Na gut. Du bekommst eine Chance. Der darf noch. Aber dann ist Schluss. Also, der Mann ist null albern, oder? Ich meine, wie kommt ihr auf diesen Namen? Wow. Wow. Okay, die Todesfaust. Komm schon. Mein alberner Freund. Vielleicht, weil er ständig am Lachen ist. Einfach ein fröhlicher Typ. Alter, was hat ihr für einen Anfall? Was hat ihr denn plötzlich für einen Anfall? Komm schon. Bash ihn weg. Lass die Schergen in Ruhe. Kümmer dich um den Champion. Okay. Einen hat er schon mal weggeholt. Also, irgendwie der Alberne will nicht, oder? Der Alberne bekommt hier ganz schön auf die Fresse. Endlich. Endlich. Jetzt bitte Konzentration. Ja, genau so. Zeig mir, dass du ein Krieger bist. Zeig mir, dass du würdig bist. Er hat auf jeden Fall einen Sinn für Humor. Der Mann hat Freude. Go, 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 go. Er hat ein wunderschönes Lachen. Yes. Oh, der war gut. Der war gut und tödlich. Komm, ein Hieb noch. Oh ja, runter mit der rüber. Schade. Ich hätte gerne den Schädel noch gesehen. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne noch den Schädel gesehen. Aber irgendwie war es nicht drin. Wow. Alter. Ultra, ultra giftig, der Dude. Der Faulige. Oh, der scheint ganz nett zu sein. Und sogar noch feuerfest. Oh, ist das ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Der Uruk aus dem Säurebad. Irgendjemand, der vielleicht dagegen Easy verlieren könnte, dann würde ich ihn übernehmen. Vielleicht du. Muck der Hand. Ich muck der Hand. Ich habe Hand. Ich muck. Okay. Zwei Männer, beide beritten. Meiner ist ein bisschen niedriger vom Level. Okay, sie töten hier die Schergen. Komm schon, muck der Hand. Also wenn ich ihn jetzt verlieren sollte, dann übernehme ich ihn anderen. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Die wollen wohl lieber ihre Bestien hier ein bisschen satt kriegen. Jetzt, der erste Schritt. Der Fluch. Der Fluch. Komm schon. Oh oh, oh oh, oh oh. Er liegt am Boden. Hä? Was waren das eben gerade? Teleport Moves? Merkwürdige Teleport Moves. In die Falle rein. Da kam irgendwas. Keine Ahnung, was er geworfen hat. Ein Stück Schrott. Und der Fluch. Der Fluch. Meiner ist vergiftet. Es wird ein wenig gepuket. Muck der Hand. Alter Muck. Wow. Ich glaube, Muck gewinnt. Alter Muck gewinnt. Hardcore definitiv. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte den anderen gerne übernommen. Alter Muck sieht gut aus, oder? Ich finde Muck sieht gar nicht mal so beschissen aus. Muck der Hand. Leichtes Ziel ist halt schon ein großer Nachteil. Wenn ich ihm doch nur die Schwäche austreiben könnte. Das wäre so cool. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. So, Leute. Hier muss noch einer rein. Ein Mann muss hier noch rein. Wer nehmen wir denn? Wer darf hier noch in die Burg? Ja, du hier, oder? Der Alberner. Gut. Sehr, sehr gut. Das letzte Upgrade. Dafür müssen wir den Champion besiegen. Aber der Champion ist ultra, mega, super, duper stark. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Egal, wir kriegen es aber auch so hin, das zu gewinnen, oder? Ich meine, ich bin nicht umsonst, Legendär, gut. Also, wo ist die Mission? Irgendwo da drüben. Die Leute haben schon geschrieben, Hey, Kies, spiel doch mal wieder die Story. Leute, das ist im Moment die Story. Ihr wolltet die Schattenkämpfe. Ihr wolltet sie unbedingt sehen. Ihr müsst mir nur mit einer kleinen Bewertung eine Unterstützung da lassen. Schaut euch das hier an. Genau, fair verteilt. Jo. Legen wir los. Wir gewinnen eh das Ding, oder? Ich meine... Hallo. Ich bin unbesiegbar. Ich bin der beste. Krasseste. Allerzeit. Ich bin Talion, der Untote. Nettes Nippelpiercing. Wirklich toll. Ganz, ganz toll. Okay, wir müssen die hier wegholen. Die sind... Die sind das Problem. Ich habe Befehl, die Festung zu erobern. Aber was ich wirklich will, ist... Dich in Öl kochen. In Öl. Wir wissen beide, dass ich in Öl null schmecken würde. So. Was machst du denn jetzt, hä? Zack. Lieber wegholen. Lieber die hier wegholen. Moment. Und hier nochmal drauf. So. Und schon hält die Festung ein bisschen länger. Boom, Baby. Boom. Boah, der Drache hier gehört aber nicht mir. Ach, das Ding hat gar keine Munition. Boah, der sieht gut aus. Wer bist du? Wer bist du? Alter, was läuft hier? Alter, was läuft hier für eine... Ultra heftige Kiste. Hat jemand den Drachen gesehen? Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow. Alter, der Typ ist mies. Wow, der hat so gut wie keine Nachteile. Alter, der ist episch. Und der sieht auch noch gut aus. Der ist ja richtig lecker. Der ist ja richtig, richtig lecker. Alter, der ist richtig gut. Alter, der hat hier so eine Kette. Der kranke Psycho. Ey, ich will dich. Ich will dich hart, mein Sohn. Junge, 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 Junge. Ich will dich so sehr. Boah, ich werde dich sowas von Knechten, Dude. Alter, der Typ ist krass. Zieht euch das mal rein. Ich komme nicht weg. Wow, wow, ich muss rollen. Ich muss hart rollen. Und dann ein bisschen sprinten. Und dann. Nee, 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 nee. Alter, nee. Nee. Hart, nein. Hart, nein, Freunde. Ich muss mich aber bewegen. Ihr zündet mich an, ihr kleinen Sträucher. Okay, okay, jetzt mal easy. Hol dir den da. Komm schon, Lebensenergie. Ach, das gibt es nicht. Und der nächste, oder wie? Ey, jetzt ist einfach mal gut. Ich will hier rumsaugen. So. Ich brauche Munition. Ich brauche unbedingt ein bisschen Munition. Na, also, geht doch. Ey, der eine da hinten ist richtig grob unterwegs. Alter, holen die jetzt Verstärkung, oder wie? Ja, klar, die holen hier einfach mal Verstärkung. Komm schon, ich will diesen Typen. Ich will ihn. Ich will hart diesen Typen. Yes, 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 yes. 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 Sieg. Ich habe ihn. Boah, du siehst so geil aus, Junge. Meine Kampfkraft gehört dir. Guter Mann. Bin schon weg. Alter, die sind immer noch nicht drin, ne? Die sind immer noch nicht drin. Ah, der ist beschusssicher. Die Strafe für deine Arroganz. Na, wer bist denn du? Alter, du siehst gut aus. Es ist der wilde Saurons. Ey, du gefällst mir. Irgendwie. Irgendwie so unspektakulär, spektakulär. Warum kämpfst du immer weiter? Du und deine Jungs haben keine Chance. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber hey, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Bämsen. Bämsen, mein Freund. Alter, warum ist hier so viel Geld? Irgendjemand hat hier seinen... Hat einen Loch im Geldbeutel. Boah, was war das für eine Kelle? Alter, da kommen sie jetzt alle auf einmal, oder wie? Okay, der Kollege ist fast tot. Kann ich jeden übernehmen? Klar, der sieht gut aus, aber hey. Heutzutage gibt es sehr, sehr viele hübsche Uruks. Boah, da drüben ist jetzt noch ein neuer gekommen. Alter, die haben immer noch nicht mein Tor hier aufgeknackt, ne? Also, ist schon krass. Ist schon echt krass, wie wir hier dagegen halten. Chaos pur, aber es funktioniert nicht. Niemand kann sich stoppen. So. Die Elite wird hier weggeholt. Alter, der Kollege ist down. Der ist hard down. Ja, gib ihm. Lass ihn brennen, die Socke. Immer dolle drauf. Immer dolle drauf. Komm schon. Bist so gut wie tot, Kumpel. Oh, das tut weh. Gift und Feuer. Wow, wow, wow. Er hat hart gekontert. Er hat ultra hart gekontert. Yes. Nein. Er ist immer noch am Leben. Ah, ich will doch nicht auf ihn hier drauf. Okay, er ist gestorben durch das Gift. Und wir fallen zu Boden. Eleganz. Sieht aus wie eine Festung. Ist aber eine Gruft. Deine Gruft, Waldläufer. Dramatisch. Ja, flugt Legendär. Oh, die sind immer noch nicht drin in der Festung. Ich bin gleich wieder da, ja. Ich muss nur ganz kurz. Munition oder sowas. Ich brauche unbedingt ein bisschen Munition. Hat jemand hier einen Schuss für mich? Einen heißen Schuss? Oh, danke Kumpel. Und du, das tut mir leid. Aber ich brauche ein bisschen Energy. Ach, Bruce. Oh, nee, nee, nee. Ich will die Festung nicht. Nein, ich will sie nicht. Okay, die sind durch. Wenn ich dich zerpflücke, wird so viel Blut fließen, dass selbst das Auge von Sauron blinzelt. Der Spruch, den klaue ich. Den werde ich klauen, Kumpel. Okay, wo geht's hier rund? Also, der hier will unbedingt sterben, ja. Ja, meinetwegen. Oh, wer ist denn das jetzt auf einmal von hinten? Der Graue. Und ich häng schon wieder an irgendeiner fiesen Kante. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist mein Drache eigentlich? Hier drüben. Yes. Burn, baby, burn. Komm, 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 komm. Da geht der Schänder down. Der Schänder wurde geschändet. Komm schon, Feuerbälle. Bam. Und zack. Go, Bruce, go. Die Ausgeburt geht down. Der Drache, Mann. Der Drache, Baby. Die Festung steht, Freunde. Der Wuchtige geht down. Hat sich ausgebuchtet. What? Oh, glitchy. Komm, Feuerball. Bam. Bam. Oh, der ist robust. Oh, der ist robust. Komm, einer geht noch. Zack. Ich komm runter. Geh hier rüber. So, da bin ich nur für dich. What the fuck? Alter, was war das eben gerade für ein Kreuzfeuer hier? Hey. Frech. So, hier aus dem Weg. Ich will die Festung nicht. Gut so, Bruce. Gut so. Mein Gefühl sagt mir, du willst die Festung nicht. Jetzt komm mal zu Papa. Hey. Was ist das hier für ein ultra krasses Gerangel? Oh Gott. Bruce, nicht töten. Nicht töten, Bruce. Ich will ihn eigentlich übernehmen. Nein. Oh, ist das ätzend. Das ist so ätzend. Ich blicke nicht durch. Ich hatte ihn eben ganz kurz. Jetzt. Den da. Gott. Er wird sterben. Oh, ich hab ihn. Also, du bist nicht schlecht, oder? Ja, du bist nicht schlecht. Du bist ein geiler Typ. Okay, du bist dabei. Ja, mein Herr. Und tschüss. Du wirst mir fehlen, Waldläufer. Ja, ich weiß. Ich werd dir fehlen. Du wirst mir auch fehlen. Du altes Ledergesicht, du. Du alter Lederriemen. Yay, wir haben gewonnen. Alle freuen sich. Meine ganzen Uruks. Und wir bekommen Geschenke. Wie gesagt, irgendjemand hatte ein Loch im Geldbeutel. Ein großes. Ein sehr, sehr großes. Und damit wären wir in Etappe Nummer 5. Wo geht es nun hin? Ach, jetzt geht's wieder hier hin. Wie viele Etappen gibt es denn? Und was passiert jetzt? Ach, du Heiliger. Jetzt will er alles übernehmen, oder wie? Zwei-Fronten-Krieg. Clever, 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 Sauron. Clever, clever, clever. Äh, Aufträge. Jo, wir sind jetzt bei 57 erst. Hm. Oh, hier gibt's auch noch eine Mission. Cool, cool. Tja, würde ich sagen. Kümmern wir uns um die nächste Festung. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Immer schön geschmeidig bleiben. Moment, bevor die Folge vorbei ist. Also, wie gesagt, geschmeidig bleiben. Bewerten. Habe ich jetzt auch alle hier übernommen? Gehören die alle mir? Der Sammler. Haunt. Der Widerliche. Aber wo ist denn der Coole? Ich hatte doch hier so einen neuen, super coolen. Genau der hier. Oh, Baby. Du gefällst mir. Du siehst echt cool aus, Junge. Du siehst richtig, richtig cool aus. Die epische Wut. Das ist eine geile Fähigkeit. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss!